Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Wir lernen heute das Lied Bruder Jakob, auch bekannt als der Kanon Frère Jacques. Wir spielen das in der unteren Oktave mit der rechten Hand begleitet. Die linke Hand spielt entweder Zweitonakkorde oder richtige Akkorde. Dann machen wir etwas Besonderes, nämlich die rechte Hand geht eine Oktave höher und wir begleiten das mit einem Begleitmuster. Ich spiele es euch einmal vor. Jetzt rechts eine Oktave höher, links das Begleitmuster. Ich lade euch ein zum Mitspielen. Los geht's, kommt her an die Tasten.